Hey Leute was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays und heute spielen wir weiter mit Max und letzten sind wir hier stehen geblieben beim Schott sammeln muss ich 3 Teile finden so ich guck mal hier was ist das? ein Tank ich nehme das mit und stelle im Auto ab zum Glück steht das Auto nicht so weit oder kann ich tanken? wenn der fällt dann stelle da drin ist immer da ist nicht so viel drin ich mach kleine Explosion nein werfen zack hier sieht sehr schön aus diese Explosion und so wie alles hier kaputt geht hier ist Schrott Teile sehr schön jetzt nur noch 2 Stück muss ich finden hier ist meine Waffe aber ich glaube ich kann das nicht mitnehmen im Auto hier kann ich wieder hochklettern hier kann ich noch Kugeln für Schrottflinte sammeln hier kann ich noch Kugeln für Schrottflinte sammeln so 2 jetzt nur noch einer und ich glaube ich weiß wo das liegt und ich glaube ich weiß wo das liegt ich glaube das liegt hier weil das ist der einzige Platz wo ich nicht geguckt habe Tja doch nicht ah nein doch ich habe nicht komplett durchgelaufen deswegen habe ich das nicht gesehen hier kann ich noch Wasser voll machen aber erstmal lade ich Leben auf und dann kann ich erst voll machen oh sehr schön da mache ich jetzt meine alles voll mit Wasser sehr schön das freut mich so jetzt kann ich weiter gehen und ja genau das ich fahre jetzt ne diese Rennen mache ich hier zum Schluss ich mache erstmal hier das alles entdecken und dann nehme ich das auf also erobere diese Burg und dann ganz zum Schluss gehe ich da hin so jetzt mache ich hier hin mache diese Vogelscheräusche kaputt wo steht mein Auto da perfekt so steig ein hab ich nicht gesehen wischung ne das ist ich bin du bist 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 So, jetzt diese Schrottteile sammeln, bringt leider zwölf Schrottteile, aber es ist immerhin, Schrott ist Schrott. Kann ich nicht, schade. Ich wollte aber erstmal den Fahrer rausschießen, hätte mir keinen Ärger gemacht. So, perfekt. Wow, wie der explodiert ist, sehr schick, hat mir gefallen. Keine Schrottteile von ihm rausgeflogen. Wo ist das? Doch da. Pick deinen Schrottteilen. Sehr gut. So. So. Aber ich lasse mal den Gollum erstmal das Auto reparieren. Ich nehm den Gollum. Ab jetzt. So. Was ist das? Ich fahr mal erstmal hier hin. Aber ich glaube das ist schon ein anderes Gebiet. Hallo. Ich bin da. Der Mad Max. So. So. Weiter. So. Ihr机ensions zu verab taken. So. Ja komm. Der letzte Rad. Er macht richtig erger. Kaum schon Max Perfekt Scheiße, viel Leben gekostet Geil, ich lade auf Mit Wasser trinken Ja, das ganze Wasser weggegangen Naja, kein Problem, finden wir schon Ich gehe mal da oben Ich gucke mal da nach oben Vielleicht finde ich noch diese letzte Ja, genau Die letzte Ja So, 100% Perfekt Scheiße Hier gab es Essen Dünke die Und ich habe Wasser getrunken Naja, okay, egal Wer kommt? So Ja, ich glaube das war ein anderes Gebiet Kein Problem Hier gibt es eine Quest, die nehme ich mal an Ich gucke mal, was er da zu sagen hat Oder was erzählt er mir Wo ist er? Er ist bestimmt wegen dieser Diese Burg, was da hinten steht Anzunehmen oder so Eraubern Eine Robben Ich gucke mal, das war Da gut Nu Die 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 Das ist der Weg, Mann. So, hör mal. Da ist die Dredges. Lord Scrotus Lands. Kontrollt die Brüder, Straße und sogar ein Bunker. Ein guter Weg zu schmerzen, das nicht der Scrotum der Zeit wäre es zu retten uns alle Tanks da. Bring sie mit dem Lever-Like. Stop all gassed down traffic, hier. Watch die Container für andere Wände. Okay, alles klar. Ich nehme das, diese Quest an. Ich glaube, das muss ich hier das machen. Oder? Kommisch, ich weiß nicht, wo das ist. Aber egal. Ich mache das jetzt nächstes Mal. Ich gucke erst mal. Oder egal, ich fahre jetzt hin. Wenn ich jetzt hier bin, wenn ich schon hier in der Nähe bin, dann mache ich das schon mal. Ich fahre jetzt hin. Ich mache das, aber ich schieße auch nicht. Ich gehe jetzt... Musse ich kaputt machen, perfekt. So, was muss ich jetzt kaputt machen, da ist gleich was. Sehr gut, er ist direkt auf mich losgeklossen. Gibt es hier noch was? Ja, die Tore. Kann ich hier was, hier irgendwo reinpannen? Ja, direkt was auf mich. Hier sind nochmal Tore. Du hast durchgebrochen. Ja. Ich guck mal jetzt hier rum. Eins von neun. Zwei von neun. Perfekt. So, jetzt muss ich Wasser aufladen. Voll machen. Naja, voll wird es nicht, aber trotzdem immerhin etwas Wasser. So, jetzt muss ich diese. Ah, jetzt muss ich. Okay. So, jetzt nehme ich diesen Tank, was hier rum lag. Und dann schmeiße ich da hin. Perfekt. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Futanfall. Ohoah, geil. Ohoah. Ohoah. Geile Sache. Ey, diese Rappen sind ziemlich cool ey. Das ist ja nicht. Ich muss das nicht mehr. Ich muss das nicht mehr wegnehmen. Ohoah. 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 Okay, das ist keine Hapun, aber ich weiß nicht wie das heißt. Leider. Das muss ich auch kaputt machen. Bam. So, jetzt gehe ich hier Schrott sammeln. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen genauer. Nicht, dass ich wieder hier zurücklaufen muss. Und ich nehme so eine Hapune mit. Hier kann ich reingehen, vielleicht. Liegt was? Nein. Liegt nichts. Aber Messer? Ah, Messer brauche ich nicht. Habe ich schon eine. So. Leider kann ich nicht hochklettern mit dem. Äh, okay, kein Problem. Da habe ich was gesehen. Ja, das muss ich kaputt auch machen. Ja. Zu früh aufgehört. Noch zwei Stück. Davon. Hier kann ich nicht durchkommen. Okay. Schau ganz halt, wie die Leute da schreien. Und warten auf mich. Bis ich die plattgemacht habe. Ohoah. Wow, was für eine Explosion. Oh, das war nicht gut. Ich trinke mal ein bisschen Wasser. Der Max rumpelt noch. Ich hoffe, das bleibt nicht. Nicht. So. Oh, da ist ein Gegner. Aber es war nur eine. Schade. Ich habe auf mehr gehofft. Wie komme ich da rein? Bestimmt hier lang. Ja, sieht so aus. Ja, hier muss ich auch brechen. Komm, Max. Sehr gut. Schrottteile. Diese Zeichen kaputt machen. Ahm. Noch eine. Ja. Liegt hier noch irgendwas um? Nein. Liegt nix. Hier. Ja, da ist ein Kist. Die mache ich kaputt. Okay. Sehr gut. Was gefunden? Jetzt gehe ich mal nach unten. Ah, diese Tank muss ich kaputt machen. Hier liegt schon ein Kanister mit Benzin. Dann kann ich anzünden und werfen. Was für eine Explosion. Hat das explodiert? Ich guck mal nochmal auf Nummer sicher gehen. Ja. Es explodiert. Perfekt. Hier liegt nichts mehr. Jetzt guck ich mal hier was. Kannst du nicht hochklettern? Ich merke es. Hallo? Komisch. Das war jetzt gerade komisch. Ich verstehe nicht warum er wollte aber nicht hochklettern. Ah, der ist abgeschlossen. Okay. Dann muss ich woanders rausgehen. Hier komme ich nicht raus. Dann muss ich hier lang. Hunger habe ich keiner. Ja, das muss ich kaputt machen. Sehr gut, einer gefunden. Zünden. Da lang auch Tank rum. Hier. Tank. Zünden. Und werfen. Boom. Sehr schön. So, jetzt muss ich hier hochklettern. Dann nochmal hier. Damit ich rüber kommen kann. Hier was gucken. Vielleicht irgendwelche Schrottteile. Ja, da hinten liegen. Sehr schön. Ja, dann habe ich nicht mehr so viel zu kaputt zu machen hier. Ja. Ja. Kompanie. Komm lieber zu mir hoch. Habe ich kein Problem damit. Ja, und die klettern. Ha, 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 ha. Braues. Hündchen. Wow. Was für eine Explosion. Das war jetzt gut. Sehr schön. Hat mir gefallen ey. Die Explosionen sind echt geil ey. So, gibt es hier noch jemand? Ja. Ich höre schon. Ich habe schon gesehen. Das ist hier. Kann ich kaputt machen? Ja. Ja, warte ab. Ich komme gleich runter. Hier noch ein Zeichen muss ich kaputt machen. Ja. Das letzte. Und dann muss ich noch zwei Schrottteile finden und vier glaube ich. Ne, drei und drei diese Dinge explodieren lassen. Ja, hier ist noch ein Schrott. Also nur noch ein Schrottteil finden. Ja, warte mal. Ich komme gleich. Ich bin schon da. Hier ist es. Klopp dich. Klopp, klopp. Nicht immer. Was ist der Karte? Was ist der Karte? Sie sind der Karte, die Karte! Was ist der Karte? Manchmal reagiert das nicht der Dreiecke. Perfekt. Ich nehme das mit. Aber zuerst gucke ich hier rein. Waffe. Perfekt. Jetzt habe ich volle Munition. Was gibt es hier noch? Da muss ich was kaputt machen. Ja. Jetzt weggehen. Was für eine Explosion. Es explodiert immer so schön. Was gibt es hier? Essen? Ja. Ich esse mal Dink-Di. Sehr gut. Leben voll mit Dink-Di. So jetzt habe ich alle gesammelt. Jetzt muss ich nur noch zwei dieser Tanker explodieren. Aber ich glaube die sind da unten. Habe ich da Eingang gesehen. Ah nein. Hier. Eine. Ich brauche Kanister. Ja. Da vorne liegt einer. Und jetzt werfen. Boom. Perfekt. Jawohl. Direkt 100%. So gefällt mir das. So. Jetzt das habe ich immer schon im anderen Gebiet gemacht. Ich fahre mal hier hin. Wo ist mein Auto? Wo ist der Ausgang? Hier ist kein Ausgang. Hier ist kein Ausgang. Hier ist kein Ausgang zu finden. Sehr gut. Von hier bin ich gekommen. Ich glaube ich klettere mal hier hoch. Ich gucke mal hier oben. Ja hier ist der Ausgang. Sehr gut. Ja hier ist der Ausgang. Sehr gut. Hier muss stehen eigentlich mein Auto. Wo ist die? Ja da vorne. Perfekt geparkt. Sehr gut. Sehr gut. Ich kann nicht losfahren. So. Ein bisschen Kamera perfekt drehen. So. Wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Egal. Ich mache erstmal diese kaputt. Ich mache mal jetzt Pause. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss. Wie wo ist das? Es ist eine andere... Wie lange. Es ist ein bisschen.